Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. In der letzten Folge sind wir umgezogen, haben hier unser Basis Equip zumindest schon mal aufgestellt. Heute wollen wir uns weiter hier um die Fassade kümmern, aber vorher möchte ich euch unseren funktionierenden Minecraft Aufzug zeigen. Und zwar seht ihr wie schnell das geht, das wird auch noch erweitert. So, und dann sind wir hier oben. So, das ist jetzt glaube ich nicht ganz der Layer, das muss eins weiter runter. Ich gucke einfach mal, ich merke mir einfach hier die Koordinaten. Äh, 143. Gut. So. Gut, 143. Ähm, packen wir uns hier mal das Glas. Gut. Gut, bisschen hoch können wir noch. Gut. 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 gut so hoch kann ich hier wird dann so eine kleine Balkon errichtet und ich muss da tatsächlich eins runter gut, dann jumpen wir mal hier hin ok, gut die erste Fassade, das erste Fassadenteil hätten wir wollen wir uns hier drum kümmern hier muss ja auch eine anständige Form rein Moment mal, das möchte ich jetzt wissen, was passiert, wenn ich Holz mit meiner Spitzhacke abhacke dann ernte ich Kohle aha, geil ok hier haben wir das so hin, dann ein bisschen Cleanstone dazwischen hier, hier den Stick Erde zur Hilfe nehmen hier und hier und hier dann wiederum etwas Cobblestone hier, hier und hier und jetzt kann ich hier auch schon anfangen, Glasscheiben reinzusetzen hier und Reaktion hier und hier ist das so Phillips So und ich finde die Aussicht hier einfach so geil, vor allem mit dem Baum des Lebens da hinten, den wir dann noch sehen. Hier muss ich jetzt möglichst mit wenig Schaden runter. Autsch! Das war gerade ein dummer Fehler. Okay, gut. Okay, ich werde angegriffen. Okay. Hier die Seite wird ebenfalls noch gemacht. Clean Stone, Stone Bricks. Und ich bin 1 zu hoch. Okay. 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 Ok, mhm, 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 12 Glas, damit komme ich nicht weit, ähm, ups, kein Screenshot, äh, oh, nicht das, ähm, F3, so, jetzt hast du gefunden, Sand, da muss ich nochmal drei Sticks durchhauen, ok, ja gut, äh, das ist jetzt heute eine kürzere Folge, äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao.